Guten Tag, der Untertiteltest, der geschieht folgendermaßen, also aus folgendem Grund, weil ich mich auch meine Sachen sagen hören kann, was ich sagen will. Und dann gibt es natürlich noch das, was gerade eben nach noch gesagt wurde. Und dieses Alphabet, das geht aktuell vielleicht vier bis sieben Wörtern gleich. Und dieses Tourette-Prinzip ist ja erst seit 2017, 24 Stunden. Erst hört man 24 Stunden Texte, Berichte, mehr als drei, vier Wörtchens, wo aber auch zu hören sind, wenn eine Motorsäge läuft und man vorbeifährt. Ja, manche hörten jetzt vermutlich nicht einmal dieses Lachen. Also derjenige, zum Beispiel Horror, ist nur ein Beispiel. Was würde der denken, wenn der über die 24 Stunden Scheißtext 3 Bescheid wüsste? Und so weiter. Danke, ciao, ciao.